Es sind nur noch 11 Tage bis Marvel Rivals, krass oder? Und heute haben wir den Skin Revealed für Magneto. Moin Leute, krass wie schnell die Zeit vergeht, oder? Noch 11 Tage und dann ist es endlich so weit, dann können wir Marvel Rivals spielen. Heute geht es um Magneto. Magneto hat seinen Skin hier revealed bekommen, Master of Magnetism. Finde ich, sieht ganz nice aus. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem aus X-Men. Ist sogar von X-Men, wie ich gerade hier sehe. Aber leider, wie es aussieht, vom Comic und nicht von dem Film. Was aber nicht schlimm ist, das sieht ein bisschen jünger aus. Hinten ziemlich nice, muss ich sagen. 10 von 10 jetzt nicht, aber vielleicht so 8 von 10 noch gebe ich, würde ich geben. Sieht cool aus. Lasst mich wissen, wie ihr den Skin findet. Und Wahnsinn Leute, noch 11 Tage. Morgen ist schon nur noch 10 Tage. Krass, oder? Bis morgen Leute, haut rein. Auf Wiedersehen.